Sooo, Marsch! Das ist die letzte ja irgendwo! Weg, Elend-Kröte! Oh! Da ist nichts! Guck mal, da hab ich was geklitten! Nop! Geh nicht in den Wald! Blablablabla! Ich weiß nicht, wo ich eine Statue! Irgendwo hier muss es doch noch was geben! Nein! Nichts! Niente! Hinstellen! Die hast du aber nicht! Oder hab ich die doch und hab's nichts gemerkt! Das sieht alles so... Nein aus! Wenn ich zwischen diese beiden Wände eingeklemmt werde, mach ich's nicht lange! Echt! Das ist doch bloß! Aber hier ist nichts! Kann ich noch nicht sehen! Irgendwo hier muss doch was sein! Irgendwie hier sind wir! Irgendwann! Ich falle ran! Lässt du meinen Arb los! Elend! Scheiß! Viecher! Hier! Sag mal! Nein! Schnauze gestrichen wollen! Nicht hier! Oh! Da hätt' ich ja noch lange suchen können! Oh! Oh! Okay! Mein Fehler! So! Schockgefrorener Gegner! Oh! Scheiße! Ich hätt' das mal! Ich brauch' ne andere Maffee! Oh! Oh! Hier mein Huizomaru oder wie sich das Ding schimpft! Kommt zu! Papa, man scheint auf die Unicraft zu reagieren! Man sieht darin einen Blitz! Haha! Das haben wir! Das ist nämlich unser Bureto! Wo? Wo ein To... Wo ein Tei... Sag! Lubunagas Würde! Das ist nämlich der... Motte! Ah! Lebenspunkte! Jetzt will ich erst mal wissen, was hier ist! Das ist bestimmt der Weg, wo Kotaro eigentlich lang konnte! Äh... Ja! Ist er! Maguichi! Ja, natürlich hab' ich dich vermisst! Mein Freund! Ja! 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 Wunderbar gemacht! Ja! 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 Ich meine, so als Schützenhilfe. Alter, ist kaputt. Ist zu gefährlich, dort runterzuklettern. Ach, das ist direkt da unten. Da, wo, ähm... Vorhin ja der Hinweis war, geh nach oben wegen Wald. Und Licht und... Tralala. Ne, da bin ich hergekommen. Ist ja gut, wir sind alle so scheiß Gegner. Ach, hier war ich da auch schon. Hier ist mir auf den Sack. Also, wenn wir damit jetzt nicht die Rüstung hochkriegen, dann weiß ich hier auch nicht. Auf jeden Fall wird vorher nochmal definitiv gesaved. Aber erst... Auf werden. Oh, das wird knapp. Oder? Nein. Und, wie sieht es jetzt aus, unsere gute Rosi? Oh, edel sprach der Schädel. Und das geht ein bisschen fixer. Ich werde doch schnell speichern, dann geht es weiter mit uns. Oder zwei. Jetzt haben wir ein Destiny. Ah, wie ich diese Viecher verabscheue. Ich verabscheue sie, ich hasse sie, ich mag sie nicht. Die schießen mir zu viel mit Wasser. Sind doch nicht bei Pokémon. Also komische Viecher mit Aquaknarre. Fehlt doch, dass die noch einen Blubstrahl einsetzen. So, gesaved habe ich. Hoffentlich ist das richtig, sonst bin ich sowas von tot. Obonagas Würde. Meine Mitte ist definitiv... Oh, mein Dings. Nein! Das war's. Ich bin tot. Okay. 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 Wir sind... cool. Was? Aufhören? Ich... Hau euch! Ich meine... Links... Ja, links gekreuzt, rechts offen. Mitte Schwert. Okay. Ich habe Ahnung. Hoffe ich mal. Okay. Verwenden. Links. Nichts passiert. Das ist mir klar. Ich habe schon gedacht, jetzt stirbt man gleich beim ersten Mal. Das wäre natürlich richtig, richtig... Bad. Am Bad. Am Bad. Ich gehe gleich ins Bad. Meine Schätze. Die Herrschaft kommt in die Mitte. Bitte. Was hier im Hintergrund? Rechts. Oh, man. Hoffentlich ist das richtig. Yeah! Vibriert der Controller vor... Dicht, sie weg. Bevor hier gleich noch was Böses passiert. Ich bin in einer finsteren Dunkeln. Was war das? Und dazu noch Evil-Bogen schützen? Ich komme euch da jetzt mal runter. Ah, warte, Freundchen. Kann ich... Kann ich da... überhaupt hoch? Nein, okay. Ergo, wir laufen einfach mal Richtung sie. Bin ich überhaupt gelandet? In der Hölle? Was ist das? Das ist so groß. Achso, fieche ich schon wieder. Das ist gemein. Alle gegen ein. Alle gegen ein. Gemein. Okay. Ich bin oben siegbar. Ich bin oben siegbar. Ja, wo die Liebe hinfällt. Uh, da sieht man hier ja richtig böse auf. Okay, erstmal aufwerten. Dann nochmal vorsichtshalber speichern und dann... Geht was.